Untertitelung des ZDF, 2020 Haha, genau. Aber sag mal, was ist eigentlich mit Klaus? Den habe ich ja seit fast drei Jahren nicht mehr gesehen. Ach, der ist nur kurz joggen. Müsste in einem Jahr wieder da sein. Ach so? Und wie geht's dir? Scheiße, du weißt doch, wie das ist. Man kommt nicht aus dem Haus. Ja, das Haus kann manchmal eine Last sein. So schön es auch ist, das ist dann nicht schön. Letzte Woche ist mir die Decke auf den Kopf gefallen. Ach, jetzt habe ich da ein Loch an der zweiten Bindung. Das muss nur schnell wieder geflickt werden. Meine Haut wird vom Durchzug ganz trocken, weißt du? Ach, das ist ja blöd. Hier, den Schwager von Klaus, den haben sie vor zwei Tagen vollgeteckt. Der sieht jetzt vielleicht aus. Aber auf dem Radweg wird er jetzt immer gut gesehen. Das ist doch schön. Nee, gar nicht. Der will sich doch ständig umbringen. Und nun hat er ja vergeblich versucht, sich überfahren zu lassen, da auf dem Radweg. Aber die Leute, die haben ihn andauernd vom Weg genommen und ganz freundlich zurück auf die Wiese gesetzt. Na, das ist natürlich nicht schön. Na ja, soweit wie ich das mitbekommen habe, will er sich jetzt wohl in Streusalz stürzen. Ach. Na ja, mal sehen. Ach, nun ist ja auch schon wieder übermorgen. Ich muss mal wieder. Also, bis später, Marianne. Ja, bis denn. Ja, tschüss. Bis denn. 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 Bis denn.